Ich bin heute hier bei der Expo Lingua, weil ich nach tollen Programmen suche im Erwachsenenbildungsbereich. Freundin ist Französin, ich mag das Land, die Kultur und dementsprechend ist es eine Bereicherung für mich, mich mit den Menschen auf Französisch zu unterhalten. I absolutely love languages, culture and this event is amazing if you want to find new opportunities. Ich bin hier mit meiner Klasse und wir wollen einfach nur paar Workshops machen wie das hier. I came to Expo Lingua because I wanted to get immersed into this language world and I wanted to get to know some of my favorite YouTubers, language coaches. It's the exhibition that brings together so many different languages and that is just the beauty of it, not only the languages but also the culture. I'm here for the meet-up with Tunden Community. Spero di vedervi l'anno prossimo all'Expo Lingua 2020, qui a Berlino. Das ist Baccia in Anastempio in Expo Lingua. You're welcome, ich bin Adela. Bye bye, ciao. 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 Vielen Dank.